Sie kommen damit nicht durch. Halten Sie den Mund. Ich versuche nachzudenken. Unseren Leuten wird schnell auffallen, dass was nicht stimmen kann. Dann wird es überall von Polizisten nur so wimmeln. Und auf jeder Kugel steht Ihr Name. Aber das dauert noch eine Weile und bis dahin bin ich längst verschwunden. Halten Sie an. Hier? Sie sollen sofort stoppen. Haben Sie verstanden? Sie sind mitten im Nichts. Ja, ich bin der Schwer. Magen 822, bitte kommen. Magen 822, hören Sie mich. Melden Sie sich. Stimmt bei Ihnen irgendetwas nicht? Sie sind verhaftet. Ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. Weswegen? Sieht nach einem Verstoß gegen Paragraf 47 der Kalifornien-Restaurantverordnung aus. Das hört sich ernst an. Ja, es wurden schon Leute wegen weniger zu lebenslangem Fernsehen verurteilt. Ähm, und wie genau lautet die Anklage, Inspektor? Essen während der Arbeit, das ist nicht erlaubt. Es hat nachweislich negative Auswirkungen auf das Verdauungssystem. Sie können während der Arbeit pfeifen, aber bloß das ganze Lied nicht immer zu einer Zeile wiederholen, weil das die Leute verrückt macht. Hm. Hm. Wundervoll. Du hast es geschafft. Was geschafft? Ach, weißt du, ich habe die ganze Zeit nach irgendeinem Grund gesucht, mich vor der Arbeit zu drücken. Da steht er. Wirklich? Du schmeichelst mir, dann muss ich dir doch gleich etwas Gesellschaft leisten, wie erlaubst. Ich freue mich sogar darüber. Das ist eine schöne Krawatte. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Hast du Susan schon getroffen, seit wir uns zuletzt gesehen haben? Hm? Ja. Was sagst du zu ihren Haaren? Ihre Haare, die sind, äh, okay. Schön. Ich finde sie sogar sehr gut im Vergleich zu, im Vergleich zu der Art und Weise, wie sie jetzt mit mir spricht. Innerhalb von nur einer einzigen Woche von der Riviera zum Nordpol emotional gesehen. Ich finde das etwas abrupt. Vielleicht für dich, aber für mich ist das völlig klar, weshalb sie das tut. Danke, dass Sie mich so schnell zurückgerufen haben. Gibt's irgendwelche Probleme? Nein, nein, nichts, gar nichts. Gut, Sie haben mich vielleicht erschreckt. Ich hab mir schon Sorgen gebracht. Nein, es ist nichts passiert. Ich wollte nur fragen, ob Sie und Katharina mit mir essen möchten. Ja, sehr gern, nur Katharina ist nicht da. Sie ist gerade für die Zeitung unterwegs. Oh. Na gut, dann essen wir nur zu zweit. Wie wär's hier in der Oase? Um ehrlich zu sein, ähm, bin ich knapp bei Kasse. Ich muss etwas sparen. Wie wär's, äh, wie wär's mit dem Windsurfer? Ja, Windsurfer ist auch nicht schlecht. Ich bin in zehn Minuten da. Bis dann. Vielen Dank, Billy. Das haben Sie wirklich hübsch arrangiert. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, nein, im Augenblick nicht. Hast du deine Meinung geändert und erwartest meine Gesellschaft? Nein, eher würde ich sterben. Also, ist das wohl für den Geschäftspartner, den du vorhin erwähnt hast? Geht's ums Hotel? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Für wen würdest du sowas arrangieren? Oh, dann ist das alles... Der vorzügliche Champagner, das Kleid und die Kerzen. Das alles ist für Warren. Zu schade, dass das Gefängnis auch den Rest seiner Manieren ruiniert hat. Wo bleibt er denn so lange? Ich würde einen Traum wie dich nicht... Was geht es dich an? Ich hasse es, wenn man dich einfach versetzt. Das wird sicher nicht passieren. Hast du schon mit ihm gesprochen? Oh, das bereitet dir wohl schlaflose Nächte, nicht wahr? Nicht im geringsten. Reine Neugier. Garniert mit einer kleinen Prise. Verzweiflung. Hast du mit ihm gesprochen oder nicht? Wenn du fragen willst, ob er weiß, dass wir nicht verwandt sind, ich nehme an, dass er es weiß. Aber sicher scheinst du dir nicht zu sein. Darf ich dir vielleicht etwas vorschlagen? Wieso nicht? Julia ist gerade gekommen. Du solltest besser die Gelegenheit beim Schopfe packen. Es ist vielleicht deine letzte Möglichkeit, es ihr selbst zu erzählen. Nicht, dass ich glaube, du hättest eine Chance, die Beziehung zu retten, aber ich bin sicher, wenn sie erfährt, dass du alles wusstest und uns die Wahrheit vorenthalten hast, musst du froh sein, wenn sie dich überhaupt noch anseht. Dann sehen Sie es. Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen, Sie hatten Schwierigkeiten mit dem Motor, aber alles ist okay. Alles ist unter Kontrolle. Sie werden sich nur etwas verspäten. Verstanden? Machen Sie schon, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Haben Sie das endlich verstanden? Ihr Wagen 822. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir hatten ein Problem mit dem Motor und fahren jetzt weiter, aber wir verspäten uns etwas. Over. Haben Sie verstanden, Wagen 822. Over and down. Sehr gut. Legen Sie sich die an. Kommen Sie, Mann. Wieso lassen Sie uns... Na los, machen Sie schon! So, und jetzt alle raus hier. Was haben Sie vor? Sie haben wohl ein Problem mit den Ohren, oder was? Ich hab gesagt, raus hier! Schon gut, wir tun ja, was Sie sagen, aber hören Sie auf, an dem Ding rumzufucht hin. Wir haben Familie, Kinder. Wenn ihr Sie wiedersehen wollt, dann bewegt euch. Ich sag das nicht noch mal! Was sucht ihr das denn gerade? Was? Ach, komm schon, Lilly. Du spionierst Ted nach. Ich spioniere Ted nicht nach, Mom. Ich bin nur auf der Suche nach Mason. Ich muss ihm was sagen. Mason, ja? Ja. Wirklich. Aber ich kann ihn irgendwo sehen. Du vielleicht? Was ich sehen konnte, war, wie du gerade Teds Telefongespräch belauscht hast. Psst. Leise. Willst du unbedingt, dass er das hört? Ich weiß nicht, Lilly. Vielleicht wär's gut. Nein, das wär's nicht. Er ist schon sauer genug auf mich, okay? Ey, da ist ja ein junger Mann. Hier, willst du ihn halten? Darf ich? Natürlich. Sprecher Wagen. Wie geht's meinem Bruder? Das machst du wirklich großartig. Ich werde jetzt Mason suchen. Lilly, warte. Der Kleine ist wirklich schwer. Du gibst ihm zu viel zu essen, hm? Ja, soll ich ihn wieder nehmen, Marco? Sehr. Hab ich ihn richtig gehalten? Oh ja, das war perfekt. Schön, dass du ihn magst. Ich liebe ihn. Weißt du, ich hatte niemals einen kleinen Bruder. Aber jetzt hast du einen, Ted. Ich möchte, dass du das nie vergisst. Und ich möchte, dass du weißt, dass du den kleinen Channing jederzeit besuchen kannst. Ich finde, er sollte unbedingt Kontakt zu der Familie seines sogenannten Vaters haben. Vielen Dank. Ich werde ihn immer gern besuchen. Dazu, etwas zu verändern. Auch wenn es nur die Frisur ist, ist es ein Zeichen ihrer inneren Einstellung. Ich weiß noch genau, als Robert ging, da wollte ich mich auch verändern. Und ich spreche dabei, weiß Gott, nicht nur von meinen Haaren. Wieso eigentlich? Was ist falsch daran, wie du bist? Oder wie sie ist? Oder war? Was willst du denn damit sagen? Ich verstehe es nicht. Ich kann natürlich nicht für Cézanne sprechen, aber was mich betrifft, ich wollte einfach meinem Leben eine neue Richtung geben. So wie Eden. Sie wusste immer, was sie wollte und warum sie etwas wollte und wie sie es bekommen konnte. Bei mir war es anders. Ich hatte nie irgendwelche Ziele. Keine längeren Beziehungen und ständig wechselnde Jobs. Ich habe mir von jedem Mann angefangen, bei meinem Vater vorschreiben lassen, wie ich leben soll. Es überrascht mich, das von dir zu hören. Ich dachte immer, du wärst diejenige in der Familie, der es am wenigsten ausmacht. Aber dass du auch bereit bist, für dich zu kämpfen, wenn es mal darauf ankommt. Das ist es ja. Warum willst du warten, bis es so schlimm ist, dass du keine Wahl mehr hast? Verstehst du? Ja. Ja, wenn du das so siehst, hast du sicher recht. Aber ich glaube, manchmal ändern die Menschen etwas einfach um des Veränderns willen. Und ich sehe den Sinn darin nicht. Ich meine, letztes Jahr, in meinem Fall zum Beispiel, hätte ich alles gegeben... ...wenn alles so bleibt, wie es war. Aber stattdessen hat sich mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Ja, und zwingt dich zur Veränderung. Es entwickelt sich. Ja, das hoffe ich. Im Augenblick habe ich vielmehr das Gefühl, irgendwo völlig hilflos, mit verbundenen Augen an einem Abgrund zu stehen und nicht zu wissen, was auf mich zukommt oder was ich jetzt machen soll. Ist das nicht immer so, Cruz? Man wird doch nicht geboren und erhält einen Plan, wie man sein Leben zu führen hat. Und dann erwarte ich noch jemanden, der ist verblasst, aber der ist verblasst, bevor man alt genug ist, um ihn zu lesen. Ich meine, wovor hast du wirklich Angst? Ich weiß nicht, äh, neu anzufangen, nachdem ich alles bereits mal hatte. Und ich, äh, wir hatten auch manchmal unsere Probleme, aber wir kannten uns beide so gut, dass wir, wenn es Schwierigkeiten gab, genau wussten, was wir tun mussten oder wo wir ansetzen konnten. Es passt einfach alles. Und die Vorstellung, mit jemand anderem ein neues Leben anzufangen, das, äh, ja, das will ich versuchen, wirklich. Ich will ein neues Leben anfangen. Nur die Vorstellung ist diesmal ohne, das alles ist für mich so, so schwierig und es, es verunsichert mich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hast du dich deshalb mit Susanne so wohl gefühlt. Wie meinst du das? Ihnen und Susanne waren sich so nahe, weil sie so vieles gemeinsam hatten. Sie hatten die gleichen Wertvorstellungen. Es war nicht wirklich ein Neuanfang für dich. Es war mehr eine, eine Fortsetzung. Da bin ich anderer Meinung. Denk mal darüber nach, okay? Susanne hatte es mit dir ganz leicht. Sie wusste, wer du warst. Sie wusste, was dir fehlte. Irrsinn. Du denkst, sie wusste, wer ich war aus den Briefen von Eden über mich? Natürlich. Deswegen war es ja so einfach für dich. Du musstest praktisch nichts tun. Du musstest dich um nichts bemühen, weil Susanne passte perfekt in die... die Lücke, die Eden für euch hinterlassen hatte. Willst du damit sagen, ich habe sie als Edenersatz betrachtet? Wenn es wirklich so war, dann bist du nicht besonders fair zu ihr gewesen. Hallo, wenn ich euch störe, warte ich so lange an der Mahlentisch. Nein, lassen Sie sich den Spaß nicht entgehen. Wie ich sehe, kann ich wohl gratulieren. Oder ist eine Kondolenz eher angebracht? Kommt wohl ganz drauf an, nicht wahr? Kommt worauf dann? Auf, ob Sie Masons Heiratsantrag annehmen oder nicht. Ich würde an Ihrer Stelle mit den Hochzeitsgeschenken noch etwas warten. Können wir jetzt gehen? Nein, warte. Könnten wir einen kleinen Umweg in mein Büro machen? Ich muss dir noch etwas sagen. Oh, da ist die Lady aber sprachlos. Billy, wie spät ist es jetzt? 18.30 Uhr, Ma'am. Okay, danke. Nicht nervös werden, nicht nervös werden. Er ist bloß in der Redaktion aufgehalten worden oder sowas. Er kommt ganz sicher. Offentlich. Sie hat ziemliche Schwierigkeiten, höflich zu sein. Sie ist etwas empfindlich. Nur etwas? Sie hat dafür Gründe. Es kann nicht daran liegen, dass du die Hochzeit abgesagt hast, weil sie dich nie wirklich geliebt hat. Ja, so ist es. Sie hat es mir selbst gesagt. Sie hat immer nur Warren geliebt. Das bringt uns zu dem Punkt, über den ich gern mit dir sprechen wollte, falls du mich zu Wort kommen lässt. Ich glaube, ich sollte jetzt ruhig sein. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich rede und rede. Und du? Ich bin sehr neugierig, was du zu sagen hast. Du lässt mich bloß nicht zu Wort kommen, weil es dir nicht gefällt, was ich sage. Was ist es? Das wird bestimmt für dich ein Schock. Du meinst, ich sollte mich hinsetzen, ja? Das würde nicht schaden. Mein Gott! Ist es so schrecklich, dass du es nicht sagen kannst? Soll ich dir dabei helfen? Ich glaube, wenn du gehört hast, was ich jetzt sage, dann verstehst du Cassandras Ärger sehr viel besser. Ich bin ganz ohr. Cassandra und Warren, sie müssen sich nicht trennen. Müssen sie schon, weil sie verwandt sind. Das ist ja der Punkt. Sie sind nicht verwandt. So, es ist alles erledigt. Haben Sie was dagegen, wenn ich früher gehe? Überhaupt nicht. Oh, ich, ähm, Lilly, ich wollte Ihnen noch sagen, Sie haben das ganz wundervoll gemacht. Wirklich, Sie sind tüchtig, sehr freundlich. Sie sind ganz einfach angenehm. Danke. Aber meine Mom ist auch nicht so übel, oder? Nein. Nein, das ist sie nicht. Ähm, was ist? Cassie, sind Sie schon mal im Windsurfer gewesen? Äh, ja, ein oder zweimal, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr. Die Menschen dort sind jedenfalls nicht so ganz meine Wellenlänge. Ähm, was für ein Lokal ist das? Oh, na ja, Hamburger und Bier. Ja. Und sowas. Surfertypen eben. Bin ich so richtig angezogen? Oh doch, etwas zu fein, würde ich sagen. Aber Sie sehen gut aus. Danke. Gina, hallo, wie geht's dem Baby? Gut. Und, konntest du Mason inzwischen finden, Lilly? Was? Mason, der Mann, den du gesucht hast, nachdem du so versessen warst, dass du mich mitten im Satz hast stehen lassen. Ach, äh, das. Oh, Lilly, viel Spaß. Danke. Viel Spaß. Und wobei, Lilly? Mom, ich muss mich beeilen, sonst komm ich zu spät. Du läufst dauernd weg. Mal rennst du dahin, mal rennst du dorthin. Trainierst du für irgendeine Olympiade oder hat es mit dem Telefongespräch zu tun, für das du deine Ohren so übermächtig gespitzt hast? Mom, ich will mich mit ein paar Freunden treffen, okay? Und wo wir gerade dabei sind, deine fixe Idee, mich immer und überall beschützen zu müssen, fängt ganz langsam an, mir auf die Nerven zu gehen. Channing ist das Baby in der Familie. Ich bin erwachsen. Alles klar? Was halten Sie davon, wenn Sie und Katharina uns mal wieder besuchen? Ich glaube, Sie sollten erst mal mit Ihrem Vater reden, bevor Sie so eine Einladung aussprechen. Ach, wieso sollte ich? Das letzte Mal ist doch alles bestens gewesen. Ja, es macht den Eindruck, als ob er sich etwas beruhigt hätte, aber das liegt wohl an den Feiertagen. Die haben so einen positiven Einfluss. Wenn dann das neue Jahr kommt, dann heißt es Wumm, zurück zu alten Gepflogenheiten. Sie würden sicher mit Mason in Sachen Zynismus konkurrieren, ha? Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr in puncto Persönlichkeitsprofil. Mein Vater war doch ganz freundlich, oder? Hatte das sanfte, freundliche Verhalten etwas mit Ihnen zu tun? Wir hatten eine kleine Diskussion. Eine Diskussion? Mhm. Eine ziemlich heftige Diskussion. Aber die Einladung war seine Idee. Ich hatte nichts damit zu tun. Na ja, wie auch immer. Ich bin dankbar, dass er das getan hat. Katharina hat sich darüber gefreut. Ich meine, es hat ihr wirklich viel bedeutet. Sie nimmt ganz schön viel auf sich, meinetwegen. Sie sieht das wohl ganz anders, glaube ich. Ja, weil sie eine Art hat, in allem immer nur das Gute zu sehen. Unabhängig davon, ob es das ist oder nicht. Ich bin nicht mit diesem naiven Blick gesegnet. Ich war, ich meine, es gab da eine Zeit, da habe ich tatsächlich gedacht, dass die Leute mir vergeben oder mich akzeptieren, nachdem mir klar geworden war, was ich Julia eigentlich angetan habe. Aber, oh man, etwas sagt mir, das verzeiht man dir niemals. Wissen Sie, Ted, solange Katharina mit mir zusammen ist, begegnet man ihr mit Misstrauen und Verachtung. Sie muss meinetwegen leiden. Das ist nicht fair. Ich meine, das ist wirklich nicht fair. Hey, Lilly! Komm her! Hallo, Jungs. So sieht man sich wieder. Was darf ich Ihnen sagen? Schön, Sie zu sehen. Das ist doch ein Witz, nicht wahr? Kein sehr lustiger, fürchte ich. Vielleicht solltest du von vorne anfangen. Eine einfache Bitte, die schwer zu erfüllen ist schon. Dann musst du dir eben Mühe geben. Ja, also als Augusta von Lionels Affäre mit Sophia erfahren hat, da wollte sie es ihm heimzahlen. Sie nahm sich einen Liebhaber. Woher weißt du das? Sie hat es mir gesagt. Sie hat den Namen des Mannes nie genannt. Sie hat nicht einmal über ihn gesprochen. In ihren Augen war es eine bedeutungslose Liaison. Mit einer Ausnahme. Sie wurde schwanger. Und das Kind aus dieser Beziehung heißt Warren, richtig? Volltreffer. Das bedeutet, dass Warren und Casey nicht verwandt sind. Exakt. Das ist unglaublich, Mason. Wieso hat Augusta nie etwas davon gesagt? Sie hat es vorgehabt, als sie herausfand, was Warren und Cassandra füreinander empfinden. Aber sie hatte Angst, ihn zu verlieren. Ich finde, die Angst war durchaus berechtigt. Weiß Cassie darüber Bescheid? Ja, seit ein paar Tagen weiß sie es. Augenblick, woher weiß sie es denn? Doch nicht etwa von Augusta? Ich sagte es ihr. Ach, du warst das. Mhm. Und wie lange warst du schon im Besitz dieser kleinen Zeitbombe, Mason? Und somit wären wir plötzlich beim entscheidenden Punkt. Klopf keine Sprüche, Mason. Ich will eine Antwort. Ich erfuhr es in Singapur. Das ist vor Monaten gewesen. Ich weiß. Mal sehen, ob ich das auf die Reihe kriege. Du wusstest, dass Warren und Cassie sich lieben. Du wusstest, dass sie nicht verwandt sind. Und dass es keinen verdammten Grund gibt, der gegen diese Liebe spricht. Aber anstatt es Cassie zu sagen, und ich möchte ausdrücklich betonen, der Frau, die dir angeblich am Herzen liegt, planst du weiter unbeeindruckt die Hochzeit mit ihr? Willst mit ihr auf Hochzeitsreise fahren? Und fährst mit mir nach San Francisco? Wolltest du sie wirklich heiraten, ohne es ihr zu sagen? Ich weiß, man könnte mich für einen Mistkerl halten. Das ist noch ziemlich untertrieben. Aber ich hoffe, du wirst es verstehen, wenn ich dir erkläre, warum ich es getan habe. Du hast eine Entschuldigung dafür. Oh, Mason, versuch es mal in Hollywood. Aus dem Weg. Du musst mir zuhören, Julia. Oh, nein, muss ich nicht. Denn siehst du, das ist es, was ich gelernt habe aus unseren gemeinsamen Erfahrungen. Die gipfeln nämlich alle in einem einzigen genialen Punkt, mein Lieber. Und der sieht so aus. Wenn du deine hinterhältigen Spieltien spielst, dann muss ich dir nicht zuhören. Ich kann wählen. Ich kann ruhig hier stehen und mich über dich ärgern. Oder ich kann auch einfach gehen und mich über dich schwarz ärgern. Und ich werde gehen. Auf Wiedersehen. Julia, nein. Es war nicht meine Sache, es ihr zu sagen. Es wäre Sache von Augusta und Lionel gewesen. Lionel weiß das? Natürlich, er weiß es schon seit Jahren. Ist eigentlich nie jemand auf die Idee gekommen, es Warren zu sagen? Offensichtlich nicht. Er wusste es nicht. Aber Cassie glaubt, dass er es jetzt vielleicht wissen könnte. Deshalb sitzt sie ja gerade da unten, während wir hier reden. Weil sie glaubt, dass er mit offenen Armen zu ihr zurückkommt. Wieso auch nicht? Hat denn noch niemand bemerkt, dass Angela Raymond eine wunderschöne Frau ist? Aber er liebt nicht Angela Raymond, er liebt Cassie. Verstehst du wenigstens, dass ich nicht das Recht hatte, es ihr zu sagen? Aber das Recht, sie in eine Ehe mit dir zu drängen. Was machst du hier? Ich komme öfter mal hierher. Wirklich? Ja. Oh. Das habe ich nicht gewusst. Hört zu, ähm, tut mir leid, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich wollte bloß etwas essen, weil die Atmosphäre in der Oase, das ist, äh, irgendwie nicht so ganz meine Wellenlänge. Ihr wisst, was ich meine. Äh, wir sehen uns demnächst, okay? Ja. Hey, Moment, warten Sie auf den Blick. Es gibt doch keinen Grund, weshalb Sie nicht hierbleiben und mit uns essen könnten, oder? Äh, nein, äh, hört zu. Ich will euch wirklich nicht stören. Das tun Sie doch nicht, das ist kein Problem, oder? Gar kein Problem, nicht im geringsten. Ja, der, die Einladung von zwei so tollen Männern kann ich wohl schlecht ablehnen. Also gut, ich bleibe. Kann ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten? Ich weiß nicht, was denkst du? Nicht für mich. Die Rechnung, bitte. Ja, gern. Danke. Weißt du, ich bin nicht dagegen, wenn Susanne eine Veränderung sucht. Das ist irgendwie Ihr Recht. Wo ist dann das Problem? Ganz einfach, das bedeutet nämlich, dass ich Sie jetzt nicht mehr treffen oder mit ihr sprechen darf und das betrifft auch die Kinder und das gefällt mir nicht. Das kannst du doch nicht wissen. Vielleicht kommt ihr euch dadurch noch näher. Ich finde bloß, du musst ihr eine Chance geben, herauszufinden, was sie selbst will, ohne irgendwelchen Druck von außen. Außerdem ist es nicht besser, wenn sie jetzt etwas auf Distanz geht, als später, wenn es noch schlimmer oder komplizierter wird. Du hast... Danke. Überlass das bitte mir. Wie du willst. Keine Diskussion? Nein. Nicht sowas wie, ich möchte meinen Anteil der Rechnung selbst bezahlen? Nein. Du willst es, Baby? Tu es. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag einfach, gute Nacht. Ich muss leider gehen. Also dann. Aber es hat mir wirklich sehr gefallen. Ich musste wenigstens mal nicht an die Arbeit denken. Es hat mir richtig gut getan. Ja, genau das hat der Doktor mir auch verordnet. Ja, es war sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. George, gab es vielleicht einen Anruf für mich? Nicht, dass ich wüsste, aber fragen Sie am besten Mr. Kepfel. Er ist in seinem Beruf. Oase? Ähm, ja, er ist da. Eine Sekunde. Cruz, das ist für dich. Danke, Cassie. Castillo? Hand. Wann? Wie geht es Ihnen? Oh mein Gott, bitte rufen Sie mich sofort an, wenn Sie etwas Neues wissen, ja? Mein Büro weiß immer, wo ich bin. Ja. Ich danke Ihnen. Was ist mit Craig? Es ist ihm nichts passiert. Er ist nur leider entkommen. Wie? Er konnte irgendwie die zwei Polizisten überwältigen, die ihn nach Solidarit bringen sollten. Man hat sie auf einem Feld gefunden. Ob er jemand verletzt? Nicht ernsthaft. Zu Fuß wird er es nicht weit schaffen. Das muss er sich auch gedacht haben. Er hat den Wagen gestohlen. Oh, Craig. Haben wir die Schwierigkeiten nicht schon gereicht, musste das jetzt auch noch sein? Ihr beide habt euch wohl ziemlich nahe gestanden, Gina. Das dachte ich. Doch nach allem, was man ihm jetzt vorwirft. Wer weiß. Gibt es einen Hinweis, wo er sein könnte? Die Polizisten sagten, er erwähnt ja etwas von Monterey oder vielleicht San Francisco. Sagt ihr das irgendwas? Ach nein, nicht direkt. Aber du kennst ihn gut. Hast du keine Ahnung? Ich weiß, dass er sehr wütend war. Und ich weiß, dass er für alles, was geschehen ist, die Carepuls verantwortlich macht. Und dabei vor allem natürlich Sissi. Und als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, hat er irgendwas davon gesagt, dass er es ihnen irgendwann heimzahlt. Auf die ein oder andere Weise. Eines muss man Craig handwürdig lassen. Er war immer ein Mann, der sein Wort hält. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Einen Fehler? So einfach nicht für dich? Du hast mich verlassen. Darauf habe ich noch gewartet, jetzt war es. Also meine Schuld. Komm schon, Julia. Das habe ich nicht gesagt. Ich war verletzt und verärgert. Und deshalb rennst du durch die Gegend und verletzt andere? Ich hatte nicht die Absicht, Cassandra zu verletzen. Du hast nicht einen Gedanken daran verschwendet. Du hast immer nur an dich gedacht. Und es war dir völlig egal, was Cassandra dabei im Ding ist. Ich habe versucht, dich zu vergessen und gedacht, sie hilft mir. Aber das war falsch. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, wie Warren darauf reagieren wird? Du wirst in Zukunft deine dummen Kriegsspiele etwas besser üben müssen. Wie Cassandra schon bei zahlreichen Gelegenheiten angedeutet hat, wird sie versuchen, jede Chance zu nutzen. Das kann ich ihr nicht verdenken. Wenn ich sie wäre, würde ich dich auch gern persönlich erwürgen. Wo willst du hin? Raus. Und du solltest mir besser nicht nachkommen. Ja, ja. Ja, ist gut. Dann verbinden Sie mich bitte. Ich wollte wissen, ob schon etwas über den Aufenthaltsort von Craig Hunt bekannt ist. Aufenthaltsort? Was ist passiert? Würden Sie ihn bitten, mich sofort zurückzurufen? Danke. Er ist entkommen. Na, fantastisch. Wie zum Teufel konnte das passieren? Ich weiß auch keine Einzelheiten, aber irgendwie hat er die Polizisten überwältigt und den Wagen gestohlen. Und kein Hinweis, wo er sein kann? Er ist auf dem Weg nach Santa Barbara, um sich an meiner Familie zu rächen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe schon Wachen zu den Häusern von Sissi und Sophia geschickt. Gott sei Dank ist Dad nicht da. Wo ist eigentlich Kelly? Nach dem Heimweg. Ich habe schon versucht anzurufen. Er wird es nicht wagen, herzukommen, oder? Er wird es nicht wagen. Er wird es nicht wagen. Willkommen zu Hause. Willst du mir nicht auch etwas anbieten? Ich habe dich doch nur gefragt, ob du gern tanzen willst. Und ich habe Nein gesagt. Warum ist das so sonderbar? Weil ich den Eindruck hatte, dass du immer mit mir tanzen wolltest, wenn sich eine Gelegenheit geboten hat, oder? Es kommt vielleicht auch auf die Art an, wie man gefragt wird. Ähm, ich bin hungrig. Ihr nicht? Ich finde, wir sollten langsam bestellen. Mhm. Ich muss ein paar Telefongespräche fragen, entschuldigt. Ähm, Hähnchenburger für alle? Ja, Hähnchenburger. Gut. Also, wie geht es Ihnen wirklich? Gut. Was dagegen, wenn ich nachsehe? Dash, ich sagte, es geht mir gut, okay? Entschuldigung. Berufskrankheit. Tut mir leid, Dash, und ich wollte nicht so schnippisch sein. Es war nett von Ihnen, dass Sie Ted nicht sagten, dass Frankie mich so zugerichtet hat. Aber ich habe Ihnen damit keinen Gefallen getan, okay? Ich meine, wenn Sie geschlagen werden, weil Sie in Schwierigkeiten stecken, brauchen Sie die Polizei oder einen Anwalt. Das meine ich ernst. Hören Sie, Frankie ist weg. Und er kommt auch nicht wieder zurück, okay? Das... Es ist vorbei. Das ist gut. Sehr gut. Denn wenn er zurückkommt und Sie anrühren würde, dann... Dann... Dann würde er die zu spüren kriegen. Gut zu wissen. Nur finde ich, dass er oft etwas zu idealistisch ins Leben blickt. Ich habe absolut nichts gegen Idealismus, wenn er angebracht ist. Nur gibt es auf der Welt unglücklicherweise sehr wenig Platz für Idealismus. Also... Sind Sie nicht noch etwas zu jung für solche Weisheiten? Das Alter hat mit Wissen nichts zu tun. Oh, ich verstehe. Und darf ich fragen, was Sie so alles wissen? Ich finde, das Leben auf Träumereien und Fantasien aufzubauen, ist Zeitverschwendung. Irgendwann merken die anderen das und überrollen dich einfach. Das habe ich hundertmal erlebt. Die Menschen sind so. Das stimmt. Was ist denn passiert? Craig, Craig hat es geflohen. Er ist auf dem Weg nach Santa Barbara. Was? Ja, der Klus ist in der Oase. Ich verstehe nicht. Wie kann denn sowas passieren? Wir kommen auch mit... Ähm, na gut. Und er hat doch ganz bestimmt keine Nachricht für Cassandra Lockridge hinterlassen. Nein, schon gut brauchen Sie nicht. Danke. Er hat mir gerade alles gesagt. Jetzt kann ich verstehen, warum Sie so wütend sind. Ich vermute, dass Sie genauso wütend auf ihn sind. Ja, ich finde, was er gemacht hat, war äußerst gewissenlos. Aber er hat etwas Wahres gesagt. Oh, zu seiner Verteidigung. Glauben Sie, dass mich das überrascht? Bestimmt hat er sich wieder selbst übertroffen bei dem Versuch, das zu rechtfertigen, was er getan hat. Es war nicht seine Sache, es zu sagen. Aber er hat es doch getan. Ihnen zuliebe, denke ich. Hört sich an, als hätte er mir sogar einen Gefallen getan. Jedenfalls wissen Sie es jetzt. Vielleicht können Sie dadurch etwas nachsichtiger sein. Nein. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht. Kann ich gut verstehen. Wir waren nicht immer die besten Freunde, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich jederzeit für Sie da sein und Ihnen helfen werde, wenn Sie es wollen. Augenblick, bitte. Ist das etwa Mitleid? Sagen Sie jetzt nichts, ich kann es Ihnen ansehen. Wissen Sie was? Ich brauche Ihr Mitleid nicht. Ich will auch nicht, dass Sie zu Warren laufen und es ihm sagen. Das ist allein meine Angelegenheit und ich kläre das auch meine Weise. Warum bedrohst du mich mit der Waffe? Weil man mich damit besser versteht. Was willst du? Ich brauche Geld, Kelly. Ich will das Land verlassen. Ich habe kein Bargeld hier, Craig. See, see, hard. Es ist genügend im Safe, um eine Weile in Südamerika unterzutauchen. Leider wurde die Kombination geändert und man hat es versäumt, mir die neue mitzuteilen. Dein Timing ist perfekt, Kelly. Ich habe die neue Kombination nicht. Halt mich nicht zum Narren, Kelly! Craig. Wieso sollte ich dich belügen? Bitte glaub mir, wenn ich das Geld hätte, würde ich es dir geben. Denkst du, ich will, dass du dein Leben hinter Getern verbringen musst, Craig? Natürlich. Du denkst, ich wollte deinen Bruder töten. Doch das ist dir völlig egal, was? Das habe ich nie geglaubt. Das stimmt nicht wirklich. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du anständig bist. Du könntest niemanden umbringen. Hast du mich im Gefängnis deswegen so oft besucht, Kelly? Wir haben uns doch mal so viel bedeutet, Craig. Das ist nicht richtig. Nur du hast mir etwas bedeutet. Das ist nicht wahr. Ich habe wirklich viel für dich empfunden. Ja. Dann hast du mich weggeworfen für Bobby. Oder was? Quinn, sein Schwerling, wer weiß das schon. Hast du dir das gut überlegt? Denk mal nach, Craig. Jeder Polizist von hier bis San Francisco macht inzwischen Jagd auf dich. Du wirst es nie schaffen. Sie werden dich schnappen, noch bevor du das Land verlassen kannst. Also, wieso lässt du mich dir nicht helfen? Und wie? Bitte gib auf. Ich meine es ehrlich, bitte. Ich verspreche dir, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um zu verhindern, dass du... Du hältst mich von keinem Trottel, was? Nein, bitte, tue ich nicht. Wirklich. Also, jetzt willst du mir ganz brav zuhören. Klar? Ich pfeife auf deine Empfindung für mich. Es bedeutet mir nichts. Verstehst du gar nichts? Okay. Also gut. Du gehst ran, Kelly. Und du bleibst dabei vollkommen ruhig. Okay. Okay, Craig. Hallo? Gut, dass du zu Hause bist. Hör zu, Ken. Craig Hunt ist... Er ist geflohen. Nur für den Fall, dass es notwendig ist, habe ich einen Wagen zur Bewachung geschickt. Ich denke, er muss jeden Augenblick da sein. Tut mir leid, Cruz. Ich war nur eben etwas geschockt. Hier ist alles bestens. Okay, gut. Bitte ruf an, wenn dir irgendetwas auffällt, ja? Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Ist das wirklich notwendig? Ich will dich nicht unnötig aufregen. Ich glaube, er ist längst dabei, das Land zu verlassen. Aber ich will auch kein Risiko eingehen. Okay, wie du willst. Schön, ich werde sehen, ob ich es schaffe. Bis dann. Mom, alles in Ordnung? Ja. Ich bin nur traurig, das ist alles. Ich meine wegen Craig. Er würde nie etwas tun, das mich verletzt. Ich weiß, er hat wirklich versucht, sich zu ändern. Aber nachdem es so eng für ihn wurde, ist er wohl doch wieder rückfällig geworden. Mom, die Menschen ändern sich von Tag zu Tag. Du musst doch nur dich ansehen. Hör zu. Ich will nicht, dass du dir auch noch Sorgen um mich machst, okay? Es geht mir gut, wirklich. Befreie mich bitte aus meiner Misere und lass es raus. Oh, das ist nicht mein Job. Aber wir müssen darüber... Nein, du hast es nötig, darüber zu reden. Was ich nötig habe, ist allein zu sein. Was bedeutet, du wirst mir nicht folgen und mich nicht anrufen. Ich habe für heute genug von dir. Heute Nacht. Das Eis ist geschmolzen, Miss Lockridge. Soll ich Ihnen Neues bringen? Ähm, nein, danke. Schenken Sie ein, bitte. Zwei Gläser? Nein, nur eins. Danke. Und jetzt werden wir den Safe öffnen. Und was dann? Immer eines nach dem anderen, Kelly. Wie wär's mit Südamerika? Soll das ein Witz sein, oder was? Das letzte Mal hat's dir gefallen. Schon komisch, nicht, Kelly? Alles wiederholt sich irgendwann, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Na, wir beide. Nach all dem, was war, sind wir... wieder zusammen. Das ist wohl unser Schicksal. Bitte nach dir. Und ganz ruhig. Liebe und Intrige, Lust und Leidenschaft. Menschen und ihr Schicksal im Kalifornia-Clan. RTL einfach unwiderstehlich. preferences for einen mehrsenzindialen Sieb... in einer wenn sie du du 우� im herr ist, unser Schicksal imяч. Untertitelung des ZDF für funk, 2017